Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Die Deutschen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands verwendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020